Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzuschauen, nein? Das ist schade, wie kann ich dir nur dann? Nimm einfach das Ziel. Juhu, wir haben einen Bootstikel, geil. In Orangia City ankert ein großes Kreuzfahrtschirm, die MSL. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel ab, nicht? Hältst du Lust hinzugehen? Oh ja, das ist ja. Auf dem Bezirk auf dein Programm zur Steuerung des Teleporters. Ja, das wissen wir eigentlich, finde ich. Eine Liste vom Bilds Lieblings-Pokémon. So haben wir wenigstens die Daten. Flanara, Glitzer und Aquana. Du, du, du. So. Ich muss nur sagen, haben wir unsere Pokémon auf. Wir sind Saki, Schwester Joy, wir haben noch etwas zu erledigen, Leute. Oh ja, diese Aufnahme ist diesem Läuft wieder fast so länger. Ich weiß mal, so eine Dreiviertelstunde werde ich doch laufen lassen. Oder mache ich gleich viel in anderthalb Stunden? Weiß ich noch nicht. Schwimmer, setz dich weg an. Schwimmer, setz dich weg an. Das war fertig. Dann hörst du ein Blubber, aber nicht viel, ne? Du, 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 du. Und nochmal Donner schafft einfach, weil es so schön war. Blumanna hat immer noch kein neues Level. Da bin ich aber schade. Leider müssen wir Blumanna am Fliesenwege momentan noch trainieren. Das darf nicht wahr sein. Oh, doch, glaube es. Glaube es einfach. Tja, tja. Perfekt. Danach gehen wir unsere Pokémon nochmal wieder. Fein sauberlich aufladen. Ich glaube, gegen Misty werde ich anders kämpfen. Dieser Flussbill brauchen wir nicht. Seht ihr, da kann ich mal gucken. Was, äh, wie der Knopf jetzt so erlernt? Ich glaube, Level 22? Ist es 22? Bin es Dings erlernt? Na, wo ist meine olle Maus? Da. Erlernt ist erlernt, was erlernt habe ich denn nie. Er kann sie dann, oh, ne. Ne, er kann sie dann Level 30 aus. Tja, tja, tja. Erlernt ist nicht anzuschnappen, sieht das? Was, glaube ich, nicht einem zu viel helfen dürfte. Dieser Knopf, du hast super gekämmt. Hul dich aus. Alter, geh mir das auf den Sack. Ich map mich das nächste Mal überall ab. Das ist, glaube ich, besser. Aber ich könnte mal kurz kontrollieren, ob ich überhaupt aufnehme. Ja. Weil ich... Ich kenne ja meine Programme. Mögen manchmal gar nicht, richtig. Wir haben Pfadfinder und Besied. Hey, Gloomam, entwickelt sich. Wow, wer ist das gedacht? Du, Texo. Oh, ja. 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 So, ja. Oh, ja. Ah, easy. Ah, maybe. Wir haben zwei Pokémon, die wir opfern können. Und vor allem, die sich auch gerne opfern lassen. Ich werde dieser Knopf jetzt erstmal einsetzen. Hm, ich vermisse, ich setze X für die Abwehr ein. Damals habe ich das immer noch Edition-weise... ...habe ich mir Edition-weise das Pokémon ausgewählt. Also bei Rot hatte ich immer Blue Mama und bei Blau hatte ich immer Shiki ausgewählt. Und wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, mit einem Feuer-Pokémon gegen Misty anzutreten? Und wenn du nicht gut trainiert wirst, dann bist du dann mindestens zehnmal hingegangen, nur um gegen Misty anzutreten. Und dieser Knopf macht Misty einfach mal so fertig. Finde ich nice. Finde ich richtig nice. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quell-Orden. Als Zeichen deines Triumphes. Der Quell-Orden lässt alle Pokémon des Level 30 deinem Befehl gehorchen. Oder Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freischauen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TL. Oh ja, wird schon. Okay. Ich muss sagen, ich mache nur drei, vier Stunden und dann kann ich morgen nochmal wieder aufnehmen. Aber dann habe ich auch die sechs Tage erstmal. Meine Schwester Jone. Danke, Schwester Jone. So, ich glaub, Blutexor kann jetzt erst mal eine Wehrkämpfung für sich. Okay, wer kommt hier für ruhig? Na, hey, bleib draußen! Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant, was? Glaubst du mir nicht? Nein! Wir glauben dir nicht! Siehste? Da hast du ihn eher auf dem Bauch stehen. Ich wollte schon auf dem Stirn stehen sagen. Obwohl, ich glaub, da könnte man es auch umsetzen. Wir finden einfach gleich viel ab. Oder auch nicht? Wie geringe muss man noch kommen, ja. Ich glaub, es ist nicht so großartig. Das ist jetzt so großartig. Da ist noch nicht so großartig. Dann ist noch nicht so großartig. Aber ich könnte... Da will ich erst mal ein bisschen warten, wenn man nachher ab Level 30 Flames endlich entwickeln lassen. Du hast mein Nino-Rino wieder umgehauen. Wo leben wir denn? Oh, da haben wir da ein Pokémon. Weißt du, was da nachher ist? In alten Sessions gab es den Typ Unlicht noch nicht. Was heißt, was Psycho-Attacken angeht? Nicht quasi... Und endlich! Naja, du wolltest... Ich glaube, ich habe die Form von dir. Kleine Mieser-Dreck dazu. Alle kriegen seinen Level hoch. Oh, ist das niedlich. Okay, ich gebe dir... Ich gebe dir gestohlene TM zurück. Juhu! Ich gebe dir wohl besser, Typ. Und ne Bärchen. So. Ich würde sagen... Wir begehen uns jetzt noch nach Orania City. Na gut, soweit werden wir denn nicht kommen. Da haben wir jetzt schon fast, äh... Ne Dreiviertelstunde. Aber ich werde versuchen, wenigstens noch durch den Tunnel zu kommen. Weil dahin müssen wir auf jeden Fall nicht. So. Und... Duh, du 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 dung 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 dung. Ah, wie. Wir werden uns noch durch den Tunnel und�에 den Blatt... Ne, ich glaube nicht, dass da hinsteht. Ah, ist der Tunnel lang! Naja, wir müssen ja auch in der Stadt überqueren, ne? Okay. Kommt, die Träger machen wir noch. Und damit endlich die Aufnahme-Season hier. So. Oh, Glut-Attacke. Das schafft der Glutex so vollkommen hier. Weil wieso sollte er auch nicht, ne? Obwohl mit Glutex-Attacke hätte ich hier auch eine Chance. Aber Glutex-Attacke ist ja noch leider kein Glutex. Glutex-Attacke. Ich meine, das wird nachher auch ein harter Kampf, ne? Du liebst zu scherzen, oder? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ja weniger, ne? Gut, Leute. Diese beiden Träger hier werden wir uns das nächste Mal vornehmen. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein und... Ciao.